Oh yeah, da hab ich doch richtig Bock drauf, was Krotosprand. Das hätte ja auch mal die gute Map sein können. Boah, ich mag Krotosprand einfach nicht. Hallo Fabian, hallo. Hi. Wieso ist es immer nur verflucht? Das ist nervig. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Diese verfluchte Scheiße macht es, dass dieses Endgame-Terror-Kacke da auch nochmal härter für die Survivor. Aber Genrush, ne? Ja, ja. Neh, man. Ne Ahnung? Keine Ahnung, das ist ja leise. Ich bin ja näher eines der... Oh nein! Was denn? Fabian ist mir an mir vorbei geschlitten. Das ist der Spirit. Jetzt kommt Fabian zurück, weil ich ihn erwischt hab dabei. Nein, weil der Soto gemacht wurde. Ja, das war ich. Ich hab dann auch nachgesucht, gerade deswegen. Das war in der vierkrieg Hütte. Äh, die hatten schon noch nicht vom anderen, die kleine Maus. Oh! Ja, und der eine wird gerade verfolgt. Liegt. Never mind. Ja, genau. Oh Mann! Ah, diese Disconnector, die regen mich so auf. Oh Mann, ey. Direkt gleich eine schlechte Bewertung reinhauen. Oh, hat mich. Ja, und ich komm hier natürlich nicht drüber, ey. Ach, leck mich doch. Hat mich jetzt. Ich kam hier nicht über den Sims drüber. Bleib da, mach den Generator zu Ende. Ich bin an dem Generator. Der war gerade erst angefangen. Boah, ist das nervig, sowas. Wo ist sie hin? Ähm, weg von mir. Also, in die Richtung, auf der wir kamen, Fabian. Fabian ist direkt bei mir, Jessica. Okay, ich geh dann. Dankeschön. Ist okay. Ich bin gefährdet. Ah, war gut. Ferti, die kommt zurück, deswegen geh ich erst in meinen Schrank hier rein. Ja, die ist jetzt wieder am Haken. Also, in der Nähe von dem Haken. Wisst ihr das? Ich hab keinen... Ich auch nicht. Ja, jetzt hab ich Herzschlag. Hab sie nur von beiden gesehen. Ja, jetzt hab ich auch Herzschlag. Ist halt auch schwierig zu erkennen, an ihrem Outfit. Das ist noch hier. Denk mal, es gibt genug Leute, die bei ihrem Outfit Herzschlag kriegen. Ich find out what I mean. Nee, das Blut fließt alles woanders hin. Meint mich doch. Ah, sie macht einen Schrank auf. Cool. Zapft. Ah, das ist nicht so gut. Oh, Mann. Die ist noch bei dir, oder? Ja, die macht alle Schränke hier auf. Jetzt läuft sie wieder in der Richtung, in der die vorhin abgehauen ist. Hä, warum denn eine Generator? War eine andere in der Richtung? Keine Ahnung. Fabian ist wieder bei mir, Jessica. Ach, leck mich doch, ey. Ich stehe quasi vor dir. Oh, nee, sorry, Fabian. Fabian, lass, renn doch nicht. Scheiß Spuren. Hier, heil mich, bitte. Auf meiner rechten Seite sollte ich überhaupt keine Krattspuren machen können. Da hab ich eine Hand. Die ist oben. Okay. Oh, das ist fies. Was ist das? Ich hör die die ganze Zeit nur oben schreien. Das ist... Nicht schön. Ich geh jetzt zu dem Generator hier direkt hinter deinem Haken. Ja, pass auf. Die beobachtet von Kratos Prenn aus, ne? Jetzt bewegt sie sich ein bisschen. Ja, am Ende hat die mich gesehen. Ja, die ist noch hier im Haus. Jetzt hörst du nicht mehr. Jetzt hör ich sie wieder. Wo in Kratos Prenn ist sie denn? Ich hör die nur... Ah, ich lese. Sie ist nicht mehr in Kratos Prenn. Okay, ich hab die nur über mir eben gehört. Wo ist die denn, Mark? Das Ganze vorne rum. An dem Rundell. Ja, hier kannst du halt alles schön überblicken. Die Map ist richtig scheiße. Ich sitze am Generator vorm Rundell. Ah, dann komm ich zu dir. Nein, nein, nein. Ich bin auch dahin unterwegs. Mach doch erstmal deinen Zendepörlern. Hä? Ja, ich bin dir doch hinterher. Wow. Ich bin näher in deinem Dran. Ja, ich seh's. Ich hör zwei Generatorn. Hier, rechts von dir, Jessica. Hinter dir. Okay, dann nicht, Jessica. Ja, der ist doch... Der ist doch auch irgendwo da. Okay, dann über den. Ich sag aber hinter dir. Was? Da war ein Baum dazwischen. Boah, mit Zähn ist ein PTV. Lol. Was denn? Wie hat die mich denn jetzt gesehen? Ich versteh's heute nicht. Ich jag die mal weg vom Generator. Wo warst du denn? Am... Also neben dem Generator. Dann kann es sein, dass ich an dir vorbeigelaufen bin. Ob ich das nicht mitbekommen hab. Aber die ist mir hinterher. Nein, die ist Jessica hinterher. Oh fuck, ich wollte dich grad heilen, komm. Oh, ich schläge. Die war grad oben hinter mir und steht auf einmal und... Die kommt. Fabian, heil dich. Ich hab keine Selbstheilung auf dem Charakter. Ich bin spitzen, du. Oh. Ash. Ash. Komm, dass ich mich mit Jessica holen. Nein, ich kann auf dich. Ich hab Angst. Das sieht aber gut aus. Huch. Sorry. Au. Okay, heil dich halt rein. Scheiße, ich hab's an so. Dich auch, ach, fick dich doch. Ich zuck dir auf den Boden. Ach so. Ich guckst du trotzdem noch mal in den Schrank rein. Nur für den Fall. Halt dich mal bitte. Mach dich da. Ich hab gar nichts. Ich hab's. Warte, 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 warte. Mach der, ja. Ich glaub, die geht jetzt einfach. Oh. Wow. Ach ja, wie die guckt. So. So verloren. Das Outfit ist süß. Hm, ich mag das in grün am liebsten. Heil mal. Bin dabei. Ja, mich. Leck mich. Oh, Mann. Krabbelt der ein mit der Puppe an, ey. Yeah. Ich hab's. Ich hab's. Ich glaub, du hast sie einfach innerlich ein bisschen zu stark. Ich glaub, das schreckt die Tür. Danke, Fabian, fürs Heilen. Ach, scheiße, Entschuldigung. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab gedacht, du wärst hochgeheilt. Nein. Ich leg so einen Moment. Wait. Ich muss mit dem Kreis gehen. Geh mal ein bisschen was schneller. Nein. Ey, so wie die angezogen ist, alterlich. Läuft mit. Läuft mit. Läuft mit. Boah, ich glüge den Rehbaum hier. Wir haben hier auch schon relativ schlecht. So, komm, komm, Amit. Ich hab ne Idee. Komm mal mit. Wir setzen's jetzt in den Generator. Wir müssen hier nur anstupsen. Und dann wechseln wir alle die Seiten. Also einmal so anstupsen, so zack, und dann ruht. Fabian läuft nie falsch rüchten. Ne, Jessica läuft nie falsch rüchten. Nein! Hier rum. Boah, ist halt so schlecht, ey. Ja! Sehr gut. Man, ich muss aber nach hier kommen. Wo ist sie? Warte mal. Geh weiter. Oh ja da. Wir haben die Arme. Ich glaube, ihr habt mehr Bock mehr. Guck dich die ganzen Scheiß genau an, ey. Okay. Yay! Oh, die Wilde. Ja, das ist der nächste Generator. Oh, zum nächsten Generator. Aber das ist hier... Aber das ist ein bisschen schwieriger. Muss einer immer den langen Weg nehmen. Nein! Warte, 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 warte. Ähm, Fabian kommt dann zu mir. Jessica geht zu Fabian. Okay. Äh? Okay, und dann... Genau, warte. Ich hab den Rhythmus verloren. Die denkt sich ausgehört auf. Wer von euch Bauern warnt denn das hier? Das ist der Schicker. Ja. Kuh. Ah! Kuh. 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 Mann, ey. Blockter, ey. Oh, Fabian. Kuh. Weil das so einen riesen Unterschied macht, ne. Oh Fabian, ey. Ich auch. Weg. Geht weg. Ach, Jessica. Ja, ist klar. Steh auf. Geh. Die ist schon wieder weg. Oh. Das ist auch kein Bock mit uns zu spielen. Lass mal nach oben gehen. Ja, ich komme mit. Zu Protus, Peter. Ach ja. Ah, ich werde einfach sitzen. Ich glaube, die will nur noch, dass es endet. Ja, ich glaube auch. Jetzt müssen wir uns alle drei noch töten lassen gleich, ey. Nein. Ach, warte, die kann den Ausgang jetzt auch selber auf... Ja. Ich steu dir mal dabei zu. Mach das. Der ist einfach direkt offen. Ganz heftig. Ja, die haut da einmal drauf, dann ist der offen. Krass. Dann lass uns mal alle versammeln und dann lass uns gleichzeitig vom Entity-Touch holen. Ja, wo ist denn... Wo ist denn ein anderer Ausgang? Achter, wo seid ihr? Ich bin beim Spirit. Dann zeigt den Spirit mal, der soll Richtung Krotus-Prenn kommen. Äh, Richtung 4-Kige-Hütte. Ist er unterwegs denn. Er steht neben der 4-Kige-Hütte. Er läuft frei. Wir sind an der 4-Kige-Hütte. Jetzt lauf mal rein im Kreis und wir laufen immer im Kreis jetzt. Ja, das ist echt widerlich. Sterben gleich alle gleichzeitig. Hat sich nicht verdient. Ja, eben. Boah, ist nicht schlecht, ey. Ey, deswegen dreh ich meine Kamera schon nicht, mein Lass noch. Äh, ich dreh mit. Ich dreh aber mit, anders geht's nicht. Ja, muss ich das sagen. Deswegen läuft Fabian auch mit dem Spass-Tipp. Und nur das hat einen anderen Grund. Boah. Alter, das hört ihr... Ach, wir sind irgendwie nicht mehr... Nee, wegen Fabian. Und irgendwie, weil du auch so langsam bist. Und ich mach, glaub ich, die engste Kreise von uns. Boah. 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 Jetzt, jetzt alle gleich nochmal T-Baggen. Ah. Wann denn? Keine Ahnung. Komm, aber jetzt einfach. Wir können ja heute Party hin und dann... Und wickeln. Und wickeln. Und wickeln. Fabian. Wollen wir das einer machen, am anderen und gar nicht gleich? Ja. Ja. Ich glaub, Fabian und ich fahren gleichzeitig. Nee, nee. Ich war als erstes dann du. Jessica. Das war lustig. Ja. So, und nicht vergessen, dem anderen schicken da eine schlechte Beleitung mal zu haben.